Hallo, die OnRandom hier und ich mache jetzt auch mal so ein Kack-Video, also nicht, dass ich jetzt kacke, sondern so ein, keine Ahnung, wo ich mich materisch aufrege über irgendwas, was mich richtig aufregt, deshalb heilt das hier auch so toll. Toiletten sind doch was Wunderbares, da redet nie jemand. So, auf jeden Fall wollte ich mich darüber aufregen, warte mal, da muss ich reingucken, damit es vernünftig aussieht, aber da bin ich... Also, ich hasse es, ich hasse es wirklich wie die Pest, also wirklich, das geht überhaupt gar nicht. Wenn Leute sagen, sie machen jetzt Videos, also sie machen jetzt regelmäßig so Scheiß-Videos oder so, wo sie auf Toilette gehen, ich meine, man geht oftmals auf Toilette. Ich glaube, der Malte, Freizeitguru, der ist jetzt bestimmt ein paar Mal auf Toilette gegangen, aber hat einfach kein Video gemacht. Also ich meine, er wird sich ja wohl über irgendwas aufgeregt haben die letzten 30 Tage, die er kein Video gemacht hat. Also ich meine, wenn du ein Scheiß-Video machst, ja, dann mach bitte noch eins. Also ein Scheiß-Video und dann denkst du hier, kommt gleich das Geld geflossen oder was? Nee, 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 so geht es nicht. Du musst dich auch mal ein bisschen aufregen über die ganze Scheiße, die in der Welt passiert. Oh, ich darf nicht ganz viel weiter, weil sonst sieht man was, was ich hier wirklich anhabe. Nicht viel! Also, mach mehr Videos, verdammte Scheiße nochmal!